In den Jahren, bevor ich nach Frankreich kam, tobte in den Wüsten Arabiens ein Aufstand. Die Biduinen führten dort einen Krieg, der sich gänzlich von allem unterschied, was wir aus den Gräben kannten. Mit kleinen beweglichen Einheiten forderten sie die Macht eines Großreichs heraus. Vereint durch die Vision eines einflussreichen Kriegers. Eine Vision von Freiheit und Veränderung. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Arabische Wüste Ein gewaltiges Meer aus Sand und Sonnen verbrannten Felsen. Und unter den endlosen Dünen Öl, schwarzes Gold, der Lebenssaft eines neuen, mechanischen Zeitalters. Seit mehr als 400 Jahren herrscht das Osmanische Reich über das Land und all seine Schätze. Doch nun regt sich Widerstand. Kleine Banden aufständischer Biduinen haben sich zusammengetan, um das Reich zu stürzen. Sie kommen ohne Warnung und verschwinden dann in der Wüste. An ihrer Seite kämpft ein einsamer britischer Offizier, dessen Heldentaten in aller Munde sind. Die Welt gab diesem Mann den Namen Lawrence von Arabien. In der Wüste braucht man eine gute Planung und eine Portion Glück. Und vor allem Letzteres meinte es gut mit uns, als wir von einem kürzlich entgleisten Zug der Osmanen erfuhren, der eine äußerst interessante Fracht geladen hatte. Eine kleine Patrouille hatte sich den Osmanen angeschlossen, die den Unfall überlebt hatten. Gemeinsam bewachten die Männer das Wrack und warteten auf Verstärkung. Wenn dein Feind bessere Waffen und Ausrüstung hat als du selbst, bestiehl ihn. Ein einsamer Krieger hat gegenüber einer Streitmacht nur einen Vorteil. Er kann sich unbemerkt bewegen. Schusswaffen sind zwar mächtig und effizient, aber sie erregen Aufsehen. Eine Reaktion der Osmanen würde also nicht lange auf sich warten lassen. Er kann sich nicht mehr auf sich warten lassen. Ich bin der Kürbis hier. 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 Du hast du etwas gesehen? Ich bin der Kürbis hier. Ich bin der Kürbis hier. Etwas zu sehen oder in den eigenen Händen zu halten, ist ein himmelweiter Unterschied. Ich bin der Kürbis hier. Ich bin der Kürbis hier. Was ist das? 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 Lass uns das bei dir, oder? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sarah! Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen, damit er krepiert. Bedenke es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid. Meine Freundin hier ist mitunter etwas schroff. Sie werden mir jetzt sagen, wie wir ihren Zug erreichen. Damit er uns in die Falle geht und zerstört werden kann. Unmöglich. Um überhaupt mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchtet ihr ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, sie meinen dieses hier. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten! Eines Tages wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen. Warten wir satt, mein Freund. Natürlich reichte die Beschaffung des Kotbuchs nicht aus. Um diesen eisernen Drachen zu zerstören, diesen Kanava, wie die Osmanen ihn nannten, mussten wir mit drei verschlüsselten Befehlen seine Gefechtsbedeinschaft aufheben. Die Osmanen hatten entlang der Eisenbahnlinie mehrere Außenposten errichtet, deren Kommandeure Kapseln für vordringliche Nachrichten bei sich trugen. Wir mussten unsere Befehle in diesen Kapseln verschicken, da sie der Zug sonst nicht akzeptiert hätte. Es würde nicht leicht werden, das Dorf zu infiltrieren, nachdem sich dort eine Abteilung osmanischer Soldaten häuslich eingerichtet hatte. Die Osmanen haben einen abgelegenen Wüstenposten eingerichtet. Er ist nur leicht verteidigt, aber bestens mit Waffen und Fahrzeugen ausgestattet. Sie rechnen offenbar nicht mit einem Angriff. Die ganze Ausrüstung könnte nützlich sein, falls du sie verwenden möchtest. Die antiken Ruinen waren alles, was noch an eine längst vergessene Zivilisation erinnerte. Inzwischen hatte die moderne Welt des Osmanischen Reiches in Form von Panzerfahrzeugen und Feldgeschützen dort Einzug gehalten. Drei Kommandeure mussten eliminiert, drei persönliche Nachrichtenkapseln gestohlen und mit unseren falschen Befehlen auf die Reise geschickt werden. Wie Sarah diese gefährliche und tollkühne Mission meistern würde, blieb ihr überlassen. Die Beduinen schätzten ihre Pferde, da sie ihren Reitern eine beispiellose Schnelligkeit und Mobilität verliehen. Halt!